Mein Name ist Susanne Fritz. Ich komme vom Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht. Wir sind eine gemeinnützige Gesellschaft und ein Länderinstitut. Wir gehören allen 16 Bundesländern und unsere Hauptaufgabe ist die Produktion von audiovisuellen Medien für die Schule, für alle Bereiche der Schule, von Grundschule bis Gymnasium, Berufsschule und auch die didaktischen Konzepte für den Einsatz im Unterricht. Ich bin Johannes Philipp, einer von zwei Projektleitern an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen. Wir gehören als Unterbehörde zum Bayerischen Kultusministerium und betreiben Lehrerfortbildung für alle Schularten, alle Altersgruppen, alle Fächer. Im Jahr sind das etwa 25.000 Personen. Das Projekt LEARN richtet sich vor allem an die Multiplikatoren in der Lehrerfortbildung in Bayern. Unser Ziel ist, diese Multiplikatoren zu sensibilisieren für OER und zu schulen, aber gleichzeitig mit ihnen zusammen auch OER-Materialien zu erstellen, die sie dann auch wieder im Unterricht einsetzen können. Und aus dem Ganzen soll sich dann ein komplettes Fortbildungskonzept entwickeln, zusammen mit den Multiplikatoren, was dann später in das Portfolio übernommen wird für die Lehrerfortbildung in der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen. Die Besonderheit von LEARN liegt einmal in den unterschiedlichen Gruppen von aktiven Teilnehmern, die eben aus dem Multiplikatorenbereich kommen und für die Open Educational Ressourcen nichts Neues sind. Das machen wir schon länger. Wir haben zum Beispiel die Lernplattform MEBIS schon seit einigen Jahren in Bayern, die auf Moodle-Basis beruht. Und in dieser Lernplattform haben Lehrkräfte schon eine Reihe von Materialien unter Creative Commons Lizenzen eingestellt. Die wissen auch, was Open Educational Ressourcen sind und diese Materialien werden wir bundesweit zugänglich machen und auch für alle Lehrkräfte in Bayern. Darüber hinaus wollen wir natürlich mit den neu zu produzierenden Lehrkräften alle Ebenen der Schule ansprechen. Vor allem natürlich auch die Schulleitungen und Schulverwaltungsebenen, denn da sollte Aufgeschlossenheit für diese Art von offenen Materialien geweckt werden, damit die auch unten richtig angewandt werden können und vor allem angstfrei angewandt werden können. Also die Lehrer vor Ort in den Schulen haben noch nicht so eine große Ahnung oder so viele Kenntnisse von OER und wie man das im Unterricht einsetzen kann. Das Projekt soll einfach auch helfen, didaktische Möglichkeiten aufzuzeigen. Wie kann ich ganz konkret diese Materialien einsetzen? Wo kann ich sie auch überhaupt finden? Dann soll es weiterhin helfen, welche Tools gibt es? Wie kann ich OER, wenn ich das möchte, selber erstellen oder ergänzen? Und vor allem ganz wichtig, wie kann ich das dann auch wieder teilen und weitergeben? Auch ein großer Gedanke von OER. Ich möchte das ja auch mit anderen Lehrkräften teilen, damit nicht jeder wieder von vorne anfangen muss mit dem Thema. Und diese Hilfen des Projekts sind, glaube ich, wichtig, damit die Lehrer in der Schule vor Ort eben das wirklich auch einsetzen und nutzen können. Ich denke, dass OER sehr stark zur Rechtssicherheit bei den Lehrkräften beitragen wird. Momentan ist es so, dass jeder total verunsichert ist, was darf ich denn machen mit den Materialien in der Schule. Das Problem ist, ich darf nicht verändern, ich darf nur in ganz geringem Umfang kopieren, ich darf praktisch gar nicht weitergeben. Und ja, das herkömmliche Urheberrecht ist schlicht nicht bildungsgeeignet und wir erhoffen uns von OER, dass die Lehrkräfte offener, angstfreier mit Bildungsmedien umgehen können, sowohl in der Nutzung als auch beim Selbererstellen.